Okay. Aber es können so verschiedene Fragen sein, ne? Ah, was ist überhaupt? Was kommt wieder raus? Ja, so. One, one, one push? Nee, sorry. Also, wenn ihr dann etwas dagegen habt, dann natürlich steckt man da unten rein. Das kann er mir ja jetzt nicht unterschreiben. Ja, okay. Weißt du? So. Nee, wirklich. Aber, aber voll, voll entspannt. Schmarrn? Schmarrn.